So Leute, da geht's auch gleich weiter. Diesmal im Auftrag der CIA. Gucken, was uns diesmal erwartet. Makarov ist kein Preis, er ist käuflich. Er arbeitet stets für den, der am besten zahlt. Vergessen Sie nur Ihre neue Identität nicht. Dann bleiben Sie am Leben. Willkommen bei 141. Eine Einheit der besten Krieger auf diesem Planeten. Es ist eine Ehre, Sir. Wann treffe ich den Rest des Teams? Sind auf einer Mission, sichern ein abgeschossenes ACS-Modul in feindlichem Gebiet. Nasse Füße? Dazu ist es dort viel zu kalt. Alles klar, Leute. Willkommen irgendwo im Nirgendwo. Wer bist du? Captain McTavish. Warte mal. Captain McTavish? Warte mal, das sagt mir, was Captain McTavish... Das sind wir aus dem ersten Teil. Das sind wir. Das ist Soap. Das sind wir. Ich krieg die Tür nicht zu. Aber diesmal schon als Captain? Ja gut, wenn du die Welt gerettet hast, ne? Wir bleiben mich abziehen. Auf mein Zeichen da. Wenn du die Welt gerettet hast, denke ich, hat man sich ein paar Beförderungen verdient. Mehr oder weniger. Okay, das Eis ist stabil. Mir nach. Alles klar. So, nähern Sie sich dem Eis und halten Sie die rechte Maustaste zum Kletter. Genau. Da aber nicht zu lange warten. Und die Taste, die man gedrückt hat, gedrückt lassen. Sonst schmierst du ab. Ich bin doch jetzt nicht der Beste da drin. Aber das sollte klappen. Was ist da los, Soap? Klär das. Schaffe ich's? Ja, Mann. Sieht gut aus. Wunderbar. Tchu. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Wie, wo willst du hin? Lass mich nicht allein. Verrückter Hund. Warte, das kann ich auch. Ah. Nee. Gott. Scheiße. Oh Gott. Ah. Soap ist der Beste. Wir sind der Beste. Weiter geht's. Wir werden mal hochkraxeln hier wie Reinhold Messner. Wer weiß, vielleicht finden wir ja einen Jedi. Den knallen wir natürlich dann ab. Roach, Herzschlag-Sensor überprüfen. Okay. Mit drei Herzschlag-Sensoren? Ich sollte auf der Anzeige erscheinen. Ja. Der blaue Punkt bin ich. Unbekannte Kontakte erscheinen als weiße Punkte. Gut. Alles klar. Roach, diese Trottel haben keine Ahnung, dass wir hier sind. Wir können uns Zeit lassen. Sie übernehmen den da links. Bei drei. Eins, zwei, drei. Gut gemacht. Hat die Arme noch gar keine Chance gegen Soap. Derselbe Plan. Bei drei. Eins, zwei, drei. Gut gemacht. Ja, war jetzt nicht so gut, aber okay. Und die gute Waffe? Der Sturm wird stärker. Ach, hier, guck an. Eine Farmers, eine französische Sturmwaffe. Wir trennen uns. Ich halte mit dem Thermalzielfernrohr von diesem Kamm aus Wache. Schleichen Sie durch den Sturm in die Basis. In dem Schneesturm sind Sie wie ein Geist. Die Wachen erkennen Sie also erst sehr spät. Augen auf den Herzschlag-Sensor. Augen auf den Herzschlag-Sensor. Viel Glück. Genau. Leute, und daher auch die Idee für Call of Duty Ghost. Wenn ihr das Hauptmenü mal gesehen habt, ist euch wahrscheinlich aufgefallen, dass der diese Ghost-Maske aufhatte. So wie aus Call of Duty Ghost. Daher diese Idee. Okay, los geht's. Ich habe Ihre Kommunikation abgehört. Nach Südosten, das C4 bei der Tankanlage anbringen. Jawoll. Wenn es in die Hose geht, gehen wir nach Plan B vor. Da kommt ein Truck. Außer Sichtweite bleiben. Verstecken. Sie haben eine Wache alarmiert. Echt? Habe ich das? Der gehört mir. Gut gemacht, Soap. Sehr gut, Soldat. Okay. Sekunde. Aktivität auf der Landebahn. Mehr als 20 Feinde nähern sich zu Fuß. Das ist die Tankanlage. Sie haben sie gefunden. Alles klar. Ich höre weitere Funksprüche über den Satelliten. Bereithalten. Aha. Der Satellit scheint im Hangar ganz hinten zu sein. Wer zuerst da ist. Breche auf. Ende. Starke Wärmesignaturen am Tower. Könnten BMPs sein. Bereich halten. Verstanden. Der BMP hat Thermalsicht. Bloß weg von da. Ja, und Leute, wenn ihr mal ein bisschen genauer guckt. Ähm. Das hier, soweit ich weiß, wie aus dem Vorgänger, ist das hier der Hangar, in den man reingeht und mit den anderen das erste Training absolviert. Also, die Levels unterscheiden sich nur geringfügig. Oh, ein bisschen. Klär das. Ja, vergewaltig. Ja, verstanden. Soll ich hoch? Drauf gehen und das ACS-Modul suchen. Verstanden. Ihr liebt es vielleicht auch ein paar Laptops, aber die suche ich jetzt nicht alle. ACS gesichert. Roach, ich bin aufgeflogen. Stellverhalten und Feuer einstellen. So, ja, Leute, ähm. Hier nicht vorher rauskommen. Erst wenn er anfängt zu zielen, dann rauskommen. Roach, schnell, Plan B. Plan B wird ausgeführt. Das ist mein Freund in Ruhe. Jawohl. Wir nehmen die Mixer-Steckung und gehen über die Rollbahn, Südosten. Bestanden. Haben wir. Willst du oder willst du nicht? Ich habe nur drauf gewartet, dass du das sagst. Ei, 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 ei. Boah. Schneeinmobile? Was? Okay, scheiß jetzt mal auf die Feinde. Ich renne einfach mal durch jetzt hier. Ich renne los. Ja, ich renne schon längst. Ich bin unterwegs. Soapie, komm her hier. Nicht mich umfahren. Jawohl. Los geht's. Kilo 6, 1, primärer Träffung gefährdet. Unterwegs zur Landeszone mit Feinverantwortung. Wir treffen uns dort. Over. Bravo 6, 4, Kilo 6, 1, verstanden. Er zu spät kommt, der bestraft das Leben. Ja. Oha. Nicht nachlassen. Anhalten bedeutet tot. Dann werde ich das wohl nicht tun. Los, los, los. Ja. Attacke. Was soll ich los? Aus dem Weg, Arschlöcher. Noch mehr Raketen. Ja. Oh. Ich soll's. Ich mache das assume. So, ja, Leute. Hier ein bisschen weiter links halten, so wie ich jetzt. Da kommt man eigentlich so gut, wie es geht, eigentlich durch. Natürlich ein bisschen lenken. Attacke! Gut, Leute, das war die Mission. Haben wir es geschafft.